Die Überlegenheit der Plauner Wasserballer kam am Wochenende erstmals ernsthaft ins Wanken. Mit der Reserve des OSC Potsdam und der SC Wedding Berlin gastierten die unmittelbaren Verfolger im Vogtland. Gegen die Potsdamer setzte sich das Team nach einer turbulenten Schlussphase mit 9 zu 6 durch. Die Gäste aus der Hauptstadt wurden nach einem offenen Schlagabtausch mit 12 zu 11 besiegt. Die SV 04er zogen sich am Wochenende mehr als respektabel aus dem Wasser. Konnte gegen Wedding in einem spannungsgeladenen Spiel ein 9 zu 6 Sieg erzielt werden, gab es gegen Potsdam eine 5 zu 10 Niederlage. Trotz dieser 2 zu 2 Punktausbeute fallen die Zwickauer auf Platz 6 der Tabelle zurück. Mit einem klaren 4 zu 1 Heimsieg gegen die Chemnitz Crashers haben sich die Wölfe mit 3 zu 0 Siegen fürs Meisterschaftsfinale der Regionalliga Ost qualifiziert. Gegner wird dann der ECC Preußen Berlin sein. Die Final-Serie wird ebenfalls im Best of Five ausgetragen. Aufgrund des ersten Platzes in der Hauptrunde genießen die Wölfe dabei Heimrecht. Erstes Best of Spiel ist am 14. März um 17 Uhr. Der ECC hat sein letztes Hauptrundenspiel der DEL-2-Saison 19-20 gewonnen. Die Westsachsen haben die Bayreuth Tigers auf fremdem Eis mit 4 zu 2 geschlagen. Somit rutschten die Eispiraten noch auf den 13. Tabellenplatz. Damit treffen sie in den kommenden Playdowns erneut auf die Tigers. 175 Teilnehmer aus 53 Vereinen zählten die Mitteldeutschen Meisterschaften der B-Jugend und Junioren in Jena. Der KSV Pausa, mit vier Ringern angereist, konnte mit Sebastian Wagner und Chris Millitzer zweimal Bronze erkämpfen. Konrad Schütz kam auf Platz 4. Die Ringer des AV Germania Mark Neukirchen holten mit Johannes Adler einen Meistertitel und mit Marco Stoll und Titus Riedel Vizetitel.